Hier sind zwei Buttons, beziehungsweise einer davon verschwindet ab 3.7. Das ist der All-in-One-Button. Mit einem Klick darauf öffnet sich mein Explorer und dort kann man sich für dieses All-in-One-Event anmelden, entweder allein oder als Gruppe. Mit dem zweiten Klick auf diesen Button kommt man auf die Download-Seite. Dort kann man sich die Einbauteile herunterladen. Hier zum Beispiel das Schalungselement, das jetzt in der Beta-Version noch ist. Mit dem Klick hier auf den Button kann man das Ganze herunterladen. Sobald die offizielle Version released ist, wird sie auch hier angezeigt werden und dann kann man vergleichen, ob es eine neue Version gibt. In der nächsten Seite ist die Premium-Partnerschaft von Max Frank. Der erste Button führt darauf auf die Homepage von Subgrade, auf dem Premium-Partner-Bereich. Der zweite Button führt zu Max Frank, auf das Schalungselement oder Schalmaterial PK-Field. Der dritte Button ist für das Handbuch zuständig. Das wird von Subgrade gepflegt und der Button wird immer aktuell sein, denn die PDF kann einfach ausgetauscht werden, die URL bleibt. Also bleibt der Button immer aktiv, auch wenn sich das PK-Field PDF später ändern würde. Um zur Online-Bibliothek von Max Frank zu gelangen, klicken wir einfach auf diesen Button und schon sind wir im Teilbereich des PK-Fields. Ebenso auch Ausschreiben.de auf der Seite von PK-Field.